Oh, wir müssen den Ball nach oben bekommen, Burkhardt! Let's go! Oh, jo, guck mal! Alter! Und wir verlieren auch wieder Personen, ne? Und wir müssen jetzt hier mal den richtigen Weg auswählen. Oh, komm schon hier rüber! Und hier noch plus 20 und dann können wir den Bonus mitnehmen und... Oh, und jetzt haben wir zwei Charaktere, Burkhardt, die jetzt hier... Jetzt sind wir größer, jo! Jo, die schießt den Ball einfach komplett durch. Alter! Wir können, indem wir die Sachen zerstören, mehr Geld bekommen, Leute. Und mit diesem Geld können wir auch ganz, ganz viel machen. Guck mal, easy, plus 15. Warum gehst du nicht in 10 rein? Weil man dann nur weniger Personen bekommt. 10 ist doch mehr! Nach rechts! 5 mal 4... Nein, nein, 5 mal 4 ist mehr. Ach ja, stimmt. Und hier mal 4. Guck dir mal mal 4 jetzt an. Oh, mein Gott. Da sind wir einfach 40 jetzt, ne? Boom! Oh, mein Gott. Alle ganz an die Seite. Oh, mein Gott, jetzt kommen wir mit 40 hier. Ich muss den 10er-Bonus bekommen. Muss. Yes! Oh, mein Gott. Ich hab viel zu früh gemacht. Aber egal. Und... Riesen-Manus-Kick! Gerade noch so berührt, ne? Aber da geht noch mehr. Ich sag dir, es ist, da geht noch viel mehr. Wir haben jetzt sogar wieder neues Geld bekommen. Und wir können gleich mal gucken, was wir mit dem neuen Geld so anstellen können. Erstmal haben wir jetzt hier 30, ne? Beziehungsweise 10. Und, äh, hier vorne sind wir noch viel, viel mehr. Hier können wir wieder plus 15 auswählen, Möker. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. 40? Oh, wir fällen hier wieder 20. Oh, mal 4! Alter, mal 4, da sind es 80. Oh, mein Gott. Was? Guck mal, jetzt haben wir einfach 80 Stück. Und wenn wir jetzt noch das perfekte plus 20. Aber auch gut. Das ist in Ordnung. Besser als 1, ne? Guck mal, wie groß wir jetzt hier werden. Und, yo! Boom! Richtiger Dropkick! Das ist richtig weit, ne? Pyramide kaputt. Alter, komm schon. Komm schon. Komm schon, Schiefer-Torfer-Pisa. Einfach der Eiffelturm. Ey, so knapp. Der Eiffelturm aus Italien. Ja, nach rechts. Hier ist es auf jeden Fall... Nein, nein, nein. Hier ist mehr. Das macht doch gar keinen Unterschied. Klar, ein Unterschied. Hä? Wir sind stärker jetzt? Oder so? Oh, nein. Guck mal, die Kleine. Nein. Aber mal 2. Plus 6. Alter, das verlieren wir alles, ne? Und 5. Das verlieren wir alles wieder. Was ist jetzt besser? Plus 10 oder Stärke? Das linke. Stärke, oder? Ja. Oh mein Gott. Nein, ich glaube, das andere wäre besser gewesen. Doch, das ist gut, glaube ich. Glaubst du, die Starken sind besser? Guck jetzt, wie groß die sind. Warte, ich mache mal 20. 20. Oh, okay, wichtig. Let's go. Glaubst du, der ist jetzt besser oder so? Nee, ich glaube schlechter. Oh, nee, der ist viel schlechter. Oh mein Gott. Wir hätten plus 10 nehmen sollen. Weil da hätten wir viel mehr bessere Chancen gehabt. Hier ist jetzt easy, ne? Guck mal hier. Jetzt haben wir direkt 22. Aber wir verlieren auch wieder ganz viel. Mal 3. Mal 3 ist wichtig, ja. Da sind wir schon mal direkt bei 21, Leute. Plus 4. 26. Oh mein Gott. Ja gut, hier ist mal 4. Das heißt, wow, 44. Und Bonus. Komm schon, wir müssen die 10 erreichen. Oder 20 sogar. Ah, okay. Egal. 15 ist auch okay. Das ist stark. Aber er ist nicht so groß. Wir werden frühestens vielleicht die Dings erreichen, die Pyramide. Oh. Oh. Neuer Rekord. Das war doch besser als davor, obwohl wir viel weniger waren. Aber wir waren noch kleiner. Anscheinend werden wir stärker mit der Zeit. Gut zu wissen. Guck mal hier. Jetzt haben wir aber. Oh mein Gott. Jetzt geht's ab. Jetzt wird hier gesammelt, Leute. Boah, 20 mal 2. Oh mein Gott. Achtung. So. Vorsichtig. Oh. Nein, nein. Verlieren wir da 20. Aber jetzt haben wir 20 mit Stärke. Das ist krass. Und. Bau. Jetzt haben wir 40 mit Stärke, ne. Und jetzt haben wir 30. Alter. Jetzt wird's aber. Jetzt. Jetzt nochmal Rekord. Ja. Boom. Das war's mit dem Eiffelturm. Alter. Mach's gut. Schiefer Turm von Pisa. Ey. Das ist ja wirklich der echte Eiffelturm. Ja, den meine ich doch die ganze Zeit. Ah. Oh. Oh mein Gott. Wie knapp. So knapp gerade gewesen. Okay. Plus 12. Und. Minus 10. Mal 6. Wir sind in einer neuen Gegend. Ich seh's gerade. Wir sind einfach so in so einer Innenstadt oder so, ne. Ja. Okay. Vorsichtig. Oh. 15 auch wild, ne. Oh. Ich glaub, Stärke ist besser. Ich glaub, mal 3 wäre besser gewesen. Mal 3 wäre. Aber jetzt kriegen wir, wir kriegen am Ende immer mehr Charaktere. Was gut ist, ja. Das ist sehr gut. Und BAM. Oh. Oh. Den Pisa. Ne. Ne. Den kriegen wir nicht. Das wär's auch jetzt gewesen. Aber leider nicht mehr. Aber ich glaub, jetzt kriegen wir. Oh mein Gott. Es startet krass. Es startet krass. Wir starten direkt. Ey. Alter. Alter. Oh. Oh mein Gott. Oh nein. Wir verlieren direkt. Aber egal. Ich glaub, Stärke ist besser hier. Aber rechts ist besser, ja. Jetzt haben wir 22. Genau. Jetzt haben wir 11. Alter. Jetzt verlieren wir alle. Was ist das? Jetzt verlieren wir alle, Bro. Jetzt haben wir 28. 33. Oh. Ja, mein ich ja. Was? Hä? 32? 40! Jawohl. Hier, die verbinden sich alle. Alter, was? Okay. Adieu. Adieu, Eiffelturm. Oh. Hä? Aber wir waren noch viel größer als vorhin. Bisschen. Aber wir hatten aber nicht so starke Leute am Start. Ich glaub, der hat mehr Beine trainiert. Glaub auch. Guck mal, jetzt hier. Nach rechts. Zack. Nach rechts. Jetzt alle stark machen und erst mal wieder alle verlieren. Oh, oh. Das kann doch nicht sein. Das verlieren wir gefühlt alle. Guck das mal an jetzt. Okay, vier mal zwei. Das macht keinen Unterschied. Vier mal zwei. Zack. 32. Aha. Nein, nein. Ah. Also wir haben die meisten gerade verloren. Och, Mann. Ah, jetzt geht auch nur 30, ne? Aber wir sind viele, oder nicht? 60? Ah, guck mal, wie klein wir sind. Wir kommen nicht mal bis zur Pyramide, glaub ich. Geht doch. Na klar. Oha, oha. Aber sogar noch den auch noch mitgenommen. Aber hinten wird's ganz schwierig mit dem Eiffelturm. Den müsst ihr auch noch bekommen, Leute, den Eiffelturm. Da müsst ihr auch ganz hinten herausfinden, was sich ganz hinten verbirgt. So, hier mal vier. Und dann mal sechs. Toll. Kann das nicht später kommen. Ja, ja. Dann weichen wir aus. Aber hier werden wir trotzdem wieder auseinandergenommen, ne? Stark. Von 24 auf 12. Auf 24. Das ist gut. Ja. Oh, oh mein Gott. Muskeln. 48er Muskelmasse, Leute. Und jetzt haben wir auch noch. Komm schon. Zack, go. Oh mein Gott. Das willst du. Das sind so viele wie noch nie. Ja. Eiffelturm, mach's gut. Eiffelturm. Das ist es echt. Oh mein Gott. Freiheitsstart, tun die wir auch noch mit, oder was? Oh mein Gott. Zack. Was? Wir haben direkt einen übersprungen. Der Nach ist einfach ein Hochhaus. Ja. Ja. Was denn für ein Hochhaus, Mürkan? Äh. The Empire State of America. Empire State Building. Oh ja. Dann hier mal zwölf. Oh. Äh. Minus zwölf. Oh Gott. 18 mal vier. Alter. Genau das brauch ich hier. Äh. Äh. 18 mal vier. Ich wollt grad sagen. Toll ey. Aber hier wichtig, Leute. 16. 32. 32 starken. Ach, das verdoppelt das immer, ne? Alter, jetzt kann man schon 50 Charaktere haben hier. Guck mal. Das war's mit dem Empire State Building. Bam. Auf jeden Fall. Also ich würd sagen, auf jeden Fall mit dem Dingens. Mit dem Eiffelturm. Aber sonst, wir waren nicht stark genug, ne? Oh. Das war noch nicht krass genug, Leute. Wir müssen hier auf jeden Fall noch viel mehr, äh, erreichen. Okay. Hier wieder. Komm. Mal zwei. Nein, links. Äh. Stimmt, du hast recht. Mal vier. Das hast du mit Absicht gemacht, ne? Mal acht. Komm, minus sechs. Oh Gott. Das ist mir voll wenig. Nein, rechts. Okay, plus zwölf. Äh. Ja, sehr gut. Und dann zwei. Oh. Und dann aber plus zwanzig. Plus zwanzig. Ja. Plus zwanzig ist gut. So. Trotzdem ist es aber schlecht, ne? Und Bonus. Komm schon. Oh. Plus vierzig. Aber nur verdammt, Leute. Äh, verdammt. Oder? Eiffelturm? Kapau. Das wird jetzt, glaube ich. Eiffelturm. Nicht mal der Eiffelturm. Oh mein Gott. Nicht mal der Eiffelturm, Leute. Jetzt auf jeden Fall plus zwei, ne? Dann haben wir mal drei. Wo sind wir denn jetzt? Und? Und, Alter. Gibt's neu. Aua. Aber? Wow. Das macht uns nur stärker, ne? Das macht uns nur stärker. Und hier kommen mal drei jetzt hier. Komm schon. 18 dann. Oh. Plus drei. Plus... 26. 28. Äh, 19. Das Level hier. Komm, jetzt müssen wir die grünen füttern, Leute. Mit richtig vielen Charakteren. Mit 50 Stück. Oh mein Gott. Yo. Oh mein Gott. Der Ball wieder zum Alter wieder durchgeht. Oh mein Gott. Empire Stepping war's gut. Hä? Hä? Ja, doch. Kommt ungefähr hin. Doch, 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 doch. Wir sind gerade mal ein bisschen besser nur als das davor. Ey, Mann. Obwohl wir so groß waren, ne? Ja. Komm, wir müssen plus fünf machen. Denn hier müssen wir aufpassen, ne? Dass wir... Oh. Mal drei. Fert, glaube ich, besser. Ja. Alter. Jetzt haben wir hier sogar... Oh mein Gott. 36. Und wieder alle weg. Einfach 25 weg, ne? 25 ist so fies, Leute. Aber das wird gut. Das wird ein guter. Plus 15. Push. Push. Oh, ey. Ey. Also echt, ne? Wieder alle weg. Plus 10 aber. Plus 5. Hier links. Plus 5 und dann Bonus. Glaubst du, das könnte schon mehr werden jetzt hier? Ich glaube nicht, ne. Oh, nein. Ich glaube, das wird sich. Ey, verdammt, Leute. Weil vorhin hatten wir noch Muskelmänner und jetzt haben wir... Aber der ist... Guck mal, jetzt. Der ist viel kleiner. Alter, die Kugel brettert aber durch. Die Kugel brettert aber durch. Hä? Hä? Neuer Rekord? Neuer Rekord? Wie das denn? Die Masse machst. Die Masse ist es. Die Masse muss fahren. Ich glaube, je höher die Masse ist... Leute, guck mal jetzt hier. Pass auf. Jetzt machen wir mal 4, mal 4. Und wofür kriegen wir Geld? Das frage ich mich auch. Das ist eine sehr gute Frage. So, jetzt, guck mal. Jetzt haben wir aber hier. Guck mal. Aber das ist nicht so gut. Das ist gar nicht so gut. 18. Nach links. Mal 2. Ah. Oh, ne. 28. Ein paar wurden mitgenommen. Oh mein Gott. Was hast du gemacht? Nein, nein. Wir hatten viel mehr. Wir hatten jetzt richtig... Oh mein Gott. Alter, wir... Oh, ne. Ey, das war jetzt gerade... Ich habe aussehen gedrückt einfach. Das war gar nicht geplant, Leute. Ich habe einfach gedrückt. Ey. Jetzt wird es aber abgehen. Hier, komm. Und hier, Stärke plus Stärke. Ey, das war... Ist das gut oder schlecht? Nein, das war schlecht. Verdammt. Okay, jetzt haben wir... Wir sind gerade mal bei 12 erst. So. Mal 2. 24. Schon mal ein bisschen besser. Und alle wieder verloren. Und wieder auf 9. Wir haben nur 9 Personen. Oh Gott, Leute. Ey, das hat auch gelegt. Was ist das für ein Rentner-Leon? Also echt, ne? Komm, hier, zack. 200, 300. Ich will wissen, was nach dem Empire's Geldbeating kommen, Möckern. Ja, das will ich auch wissen. Das würde ich gerne wissen. Und das finden wir jetzt auch raus. Jetzt ist es der Try. 2. So, guck mal. Plus 1. Zack. Plus 2. Zack. Plus 3. Zack. Äh. Äh. Ich hab ein paar verloren. Ich hab ein paar verloren. Wieder ein paar verloren. Ein paar verloren. Nicht so schlimm. Sag denen doch, dass du die nicht magst. Ey, jetzt verlieren wir wieder alle. Äh. Nein. Oh mein Gott. Mit 18. Äh. Das ist besser gewesen. Das war besser gewesen. Ein toll. Kann man jetzt sehen, wenn es mal plus 100. Oh, plus 60. Guck dir das mal an. Kepau. Wenn es die Masse macht, ist es jetzt eventuell das Empire State Bild, ne? Nee. Es wird aber kein Rekord. Es wird ein Rekord. Es wird ein Rekord? Nee, glaub ich nicht. Doch. Guck hier. Ja, glaub ich trotzdem nicht dran. Ich glaube, das sind falsche Zahlen. Komm, Empire State Building, das müssen wir jetzt holen. Wenn wir das bekommen, Leute, haben wir gewonnen. So, komm. Mal 6. 6. Plus 3. Auf jeden Fall oben. Das sieht krass aus. Wir verlieren zwar Dingens, aber wir kriegen dadurch Stärke. Ich glaube, es war besser. Oder? Ja. Ich hoffe es auf jeden Fall. Oh, jetzt werden wir wieder die meisten hier. Oh, mal 3. Oh, mal 3. Und dann mal 20. Oh. Mal 3 und dann wieder die Hälfte zu verlieren, ne? Ja. Jetzt haben wir die Schwachen verloren. Also, die meiste von den Schwachen. 60. Oh, 50. Aber auch nicht schlecht. 60 wäre wichtig gewesen. Ah, der sieht viel kleiner aus jetzt, ne? Guck mal, der kommt. Nee. Nee, nee, nee. Ich sag Freiheitsstatur und... Kein Rekord. Aber trotzdem gut. Alter. 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 Hier. Glaube ich gleich viel. Genau gleich viel. Okay, das ist krass. Okay, plus 12 ist besser. Boah, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Das ist aber ein guter Start gerade. Ja, jetzt machen wir hier 8 mal 3, 24. Plus 15. Plus 15, ja. Guck mal, wichtig hier. 39. Können wir ganz nach links gehen. Minus 22. Ey, mal 6. Oh mein Gott. Mal 6. Das ist ein Rekord. Das ist aber sowas von. Oh mein Gott. Komm, jetzt muss ich konzentrieren. Alter Schwede, okay, das... Alter, jetzt bist du so kurz noch. Warum ist das so klein aus? Warum bist du so klein geworden? Warum war das so klein? Ähm, und warum ist... Alter, wir waren 100, über 100 Personen. Okay, nein, okay, nein, 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 nein. Ich glaube... Wirklich, wir waren über 100 Personen. Das geht gar nicht. Wir hatten 120 Personen. Vielleicht müssen wir einfach dingsen. Wir müssen... Äh... Einmal eine Stärke bekommen. Einmal eine Stärke bekommen, macht uns das komplett... Wild. Zum ganz krassen Hulk. So, ups, einen verloren hier. Ey, jetzt verlieren wir wieder den meisten hier. Ah, Stärke. Wichtig jetzt. Das ist es jetzt. Das ist es. Kannst du beides einsammeln? Oh Gott. Hast du beides genommen? Nee, nee, ich glaube nicht. Das ist ja cool gewesen. Ah, schade. Okay, jetzt haben wir... Wieder ganz crazy. Plus 70. Das ist es jetzt. Das muss es sein. Das war's. Oh. Das war's, du Empire State Building. Das war's, du Empire State Building. Gut, ey. Guck mal. Ja, okay. Das war's sowas von. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Was? Eine Rakete. Mit der nach der unendlichen Wand. Äh. Wir wurden aufgehalten, Leute. Weil wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das soll so ein Fall gewesen sein. Schau mal, Mökhan. Wir müssen jetzt hier nämlich ein Auto malen. Aber wofür ist das Skelett? Und warte noch hier. Äh, das Skelett ist unser Fahrrad. Niemals. Und jetzt setzen wir den mal ganz kurz hier rein. Und fahren mit dem Ding. Aber... Oh, oh. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ein Darad los. So, jetzt hier muss... Diese Kiste muss hier weg. Und wir sind im Ziel. Denn heute spielen wir nämlich, äh... malen und fahren. Das bedeutet, du musst hier probieren, das richtige Ding zu machen. Jetzt müssen wir hier rüberspringen sogar gleich. Ziehst du diese Strecke? Okay, komm. Ich habe ein rundes Auto. Ich mache mal ganzes Nachmalen. So, zack. Und dann so. Das ist doch wie schummeln. Alter, guck mal, wie gut mein Auto aussieht jetzt. Aber das habe ich doch ein Lenkrad. Ja, komm. Wir müssen, glaube ich, perfekt so hinmachen, dass der alle drei, glaube ich, so jetzt hat. Du brauchst einen Sitz. Guck mal, hält sich fest. Oh, Achtung. Der Skelettfahrer fährt über die Rappe. Oh, 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 alter. Und durch Ziel. Oh, mein Gott. Und unsere Mission ist es heute nämlich, das schwerste Level zu schaffen. Weil das soll anscheinend richtig, richtig schwierig sein. Guck mal, was wir jetzt schon machen müssen. Da unten? Da hoch? Alter, wir sollen eine Rakete malen. Eine Rakete. Okay, warte mal so. Dann machen wir das einmal so. Und dann, zack. Hier einmal das. Hier einmal das. Wo willst du jetzt die Rakete machen? Ähm, ich glaube, hier hin. Ja. Dann hier hin. Und hier hin, würde ich sagen. Und den Skelett? Der kommt, der kommt, der kommt dahin einfach. Ich hoffe, das reicht jetzt. Oh, oh mein Gott. Niemals. Eww. Was? Alter. Hä, das war ja voll krass. Okay, das heißt, da müssen wir nicht nur Autos malen, Freunde, sondern auch Raketen, Flugzeuge und vielleicht sogar noch einen Ball. Okay, guck mal, ich guck mal, wie gut ich einen Kreis malen kann. Zack. Ey, ziemlich gut. Guck mal, wenn du ihn reinsetzt, kannst du ihn auch bewegen, da an diesen Sachen, weißt du? Stimmt. Warte mal, was ist, wenn wir ihn einfach so reinsetzen? Nein, 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 nicht so. Nein. Leon. Nein, unser Skelett hat sich. Aber wir wollen trotzdem. Ähm, klar, unser Skeletti-Boy hat sich nicht mitgekommen und dadurch kriegen wir weniger Geld, sehe ich gerade. Ah, okay. Okay, okay, okay. Dann, äh, lassen wir hier, oh, können wir upgraden. Oh, wir können hier was upgraden. Wir können jetzt unsere Reifen, guck mal, zu so einem richtig krassen neuen Reifen machen. Oh mein Gott, das ist cool. Und dann? Hä? Ne, nochmal welche kaufen. Ah. Und eine Unlock. Ah. Ah. Und jetzt da raufziehen. Nein. Und dadurch, dadurch kriegen wir bessere Sachen. Oh mein Gott. Alter, okay, das ist richtig krass gemacht, Freunde. So, dann, oh, jetzt haben wir eine freie Auswahl. Oh Gott, was machen wir denn jetzt am besten? Mal ein Bootsmobil. Ein Bootsmobil? Ja. Okay, komm, ich mal ein Bootsmobil. So, zack. Und hier. Siehst du, oh, das Segel. Kommt das Dach. Hä? Und hier kommt der Typ zum Lenken. Aber du machst deine Hände auch ran. Du kannst deine Hände auch ran machen, ne? Ja, wie denn? Da, du, das, dieses blaue, ja. Oh mein Gott. Das meine ich die ganze Zeit, das ist nicht gemacht. Guck mal, let's go, Bootsmobil. Bootsmobil, Bootsmobil. Nein. Oh Gott. Du kannst Glück haben. Oh mein Gott. Schnell, fahr, 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 fahr. Oh mein Gott. Nein. Nein. Also nicht gebremst, fast. Ja, toll, ey. Okay, komm, nochmal. Komm, wir haben zurück. Müssen nicht nochmal malen. Also wie bremst man denn? Nochmal auf den Reifen drücken. Auf den Reifen. Stopp, stopp, stopp. Hey. Auf den Reifen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein. Hä? Hä? Ah, okay. Alter. Wir haben es trotzdem geschafft, ey. Alter, das war gerade so knapp, Leute, ne? Wir sind gerade erst mal fast rüber geflogen. Und, äh, oh nein, guck mal hier, was wir jetzt im Weg haben da. Oh, oh. Du musst ein hohes Auto bauen. Gar nicht gut aus, ne? Komm, jetzt machen wir hier ein Auto. Das ist ein Boxhandschuh vorne, ne? Okay, was ist das? So, da machen wir jetzt, äh, ich mache jetzt hier mal so ein Kastenauto. So, hier kommen die Reifen dann hin. Zack. So. Also ein Quadratauto einfach nur so ein... Ein Quadratauto. Rechteck. Was vorne ein Boxhandschuh hat. Dann hier die Reifen. Und vorne unseren Kollegen, der hoffentlich... Hä? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Alles. Ich weiß, ich weiß. Okay, jetzt müssen wir... Die Hände noch... Guck mal, so. Ja. Let's go! Pass auf, pass auf. Ich bin gespannt. Jetzt Boxen hier. Pass auf, guck genau hin. Uh. Ähm. 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 Das war's. Ey, toll. Warte, jetzt muss ich... Pass auf. Die Balance war nicht so gut. Ja, das kann sein. Guck mal die Mutter ausmachen, dass wir da nicht rüberfliegen. Und jetzt, guck. Zack, Boxhandschuh. Boxen. Wow. Alter. Alter, guck mal. Guck mal, oben rechts, oben links. Ich hab ein bisschen was verloren von meinem Ding. Das war so knapp gerade. Alter, Leute. Oh Gott, was haben wir jetzt hier? Hier müssen wir jetzt über so eine richtig krasse Rampe, glaube ich, rüber, ne? Okay, pass auf. Ich hab ne Idee. Da müssen wir jetzt hier, glaube ich, einen absoluten... Raketenauto bauen. Mach mal ein Dreieck. Ein Dreieck? Ja, ist ja in der Geometrie das stärkste, äh. Okay. Das stärkste. Es gibt. So. Ja, die Reifen ganz links. Ganz links. Wohin denn? Ganz links nach ganz rechts. Ah, okay. Und dann kommt er hier rein, ne? Mit dem Bein dahin, mit dem Körper. Hä? So. Ah. Der Körper muss zentral sein, glaube ich. Okay, pass auf. Dann machen wir so. Guck mal hier. Er ist kräftig. Guck mal, er macht Dinge. So. Okay. Okay. Dann los geht's. Und bussen. Und, 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 und. Boosten. Oh. Alter. Alter, das Dreiecksfahrzeug war richtig gut. Das ist richtig gut geklappt. Richtig schnell. Okay, was ist da mit... Oh nein. Guck mal, eine bewegende Plattform, Freunde. Wie soll man denn jetzt da rüberkommen? Okay, warte mal. Wir können hier das Ding einmal drehen. Hm. Komm. Wir drehen mal einen Gratis-Spin, ne? Mit einem Gratis-Spin kriegen wir nämlich auch Gratis-Geld. Und wir kriegen 150. 150. Das ist krass. Guck mal, wie viel wir jetzt upgraden können. Komm, warte mal. Ich kann jetzt hier unlock. Rein, rein. Und? So, auf die Reifen zusammen machen. Und jetzt kann ich die auf Level 3. Jetzt kann ich die unten. Jo, wie die aussehen. Und auf Level 3 die Rakete. Und den Boxhandschuhe auf Level 2. Alter. Wir haben ja drittig viel Geld ausgegeben, ne? Okay, wir machen jetzt mal hier ein richtig krasses... Ein... Was können wir machen? Ein Hausauto. Pass auf, ich bau dir ein Haus hin. Kannst du das Haus vom Nikolaus? Na klar. Warte, guck. Das ist das Haus vom Nikolaus. Laus. So, und jetzt kommen mir ein paar coole Reifen hin. Zack. Und unser Typi kommt hier auch rein. So. Guck dir das an hier. Neen. Hä, wie cool. Bremsen. Oh, oh, oh. Bremsen, warte. Ich bremste schon von alleine. Oh nein. Oh nein, ey. Oh nein. Okay, wir müssen das ein bisschen erweitern. Du musst das Haus vom Nikolaus und das vom Weihnachtsmann machen. Das gibt's auch. Das ist das Haus vom Nikolaus. Das ist das Haus vom Nikolaus. Und nebendran vom Weihnachtsmann. Da kannst du so nach rechts in der Garage malen. Ja, das wird ein bisschen schwierig. Nein. So, und dann kriegt der noch hier so einen kleinen... So. Was ist das? Okay, sieht doch gut aus. Was ist das? Okay, jetzt hier vorsichtig mit Speed und bremsen. Oh, bremsen, bremsen. Oh mein Gott. Okay, jetzt Plattform. Gas geben. Und Gas geben. Oh, bremsen. Bremsen. Ey, du bist ein Profi, du bist. Ich muss ein bisschen Gas geben jetzt. Okay, jetzt und let's go. Guck dir das an, Alter. Was für professionelle Autofahrer wir sind, ne? Alter, Freunde. Das geht hier richtig ab, ne? Und wir haben einen neuen Charakter. Oh, noch freigeschaltet. Guck dir das an. Oh, oh. Boxhandschuhe. Oh mein Gott. Abzitter Boxhandschuhe. Nee, Regenschirm. Nee, Regenschirm. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier wieder ein, ein, ähm, ein Formel 1, ein Kreis. Okay, wir machen einen richtig großen, einen richtig großen Kreis. Ja, wo zwei Reifen dran kommen. Oh, oh, das wird richtig cool. So, hier und hier. Da muss noch ein Stuhl drin um einen. Da und da. Stimmt, er kriegt einen Stuhl. Hast recht. Und ein Lenkrad heute auch mal. Und er kriegt hier das Lenkrad. Zack, Leute. Ein cooles Lenkrad kriegt der. Und dann setzen wir ihn nochmal hin hier. So. So. Guck dir das an. Das sieht doch gut aus. Nee. Das fand ich nicht das Auto bis jetzt. Das ist, ich muss echt sagen, echt cooles Auto. Und? Oh mein Gott. Du hast... Warum hast du die Regenschirme zugemauelt? Ich dachte, ich muss die an. Ich dachte, ich muss die Dingsen. Oh, Mann. Hallo. Oh, komm. Wir müssen mal neu starten hier. Ich dachte, die waren schon Dingens. So. Das heißt... Nee. Regenschirme. Aufmachen. Let's go. Let's go. Komm, wir fliegen. Oh mein Gott. Okay. Alter, das war ein bisschen viel Geschwindigkeit am Ende noch, ne? Das war gut. Okay, und jetzt haben wir... Alter. Jetzt geht's hier, glaube ich... Oh mein Gott. Jetzt müssen wir uns nach oben boxen. Das heißt, wir geben ihn jetzt einen richtig coolen... Wir können erst mal upgraden einmal, ne? Quadrat. Ja, machen wir. Das machen wir leicht. Okay. Wir kriegen ein richtig gutes Quadrat. Mit... Eines. Zwei. Niemals. Zwei Boxhandschuhen. Und dann... Oh, der kriegt nochmal einmal... Was kriegt der jetzt hier? Er kriegt nochmal einen eigenen Kreis da drin. So ein Tresortkreis, der hier... Zack. Verbunden ist. Alter, sieht das cool aus. So, und jetzt... Setzen wir ihn hier mal... Warte, der muss noch mal... Der kriegt in der Mitte nochmal einen kleinen Punkt. So. Und jetzt. Zack. Uuuuhu. Johohohohoho. Alter, wie hoch ist denn der gerade geflogen? Leute, der ist extrem hoch geflogen gerade. Was? Oh, wir haben Bonuslevel. Spieler versus Spieler. Okay, komm. Alter, wer ist das denn? Okay, der hat sein Auto schon gemalt, bro. Guck mal. Das ist Steve. Komm, wir machen den einfach... Wir malen den einfach mal nach. So. Zack. So, zack. Warum sieht es einfach so cool aus, so pink und weiß? Guck mal, er macht einfach so ran, weißt du? Guck mal, er macht einfach so. Zack. Zack. Den hinten ran. Bup. In der Boxhandschuhe in die Mitte. Bup. Nein, nein, nein. Genau. Okay. Guck mal hier. Na, bist du ready oder was? Nee. Alter, warum ist der so schnell? Ähm. Warum ist der so schnell? Oh. Wow. Yo. Alter, wir haben perfekten Frontflip gemacht. Wir sind erster. Nochmal. Boom. Alter, warum hat er... Ey, warum ist der schneller? Du musst weiter hinten den Boxhandschuhe machen. Und... Nein, ey. Der ist schneller als wir wir können. Nein. Weil ich einmal nicht so gut geboxt habe und wir haben einfach... Oh nein, wir haben es nicht geschafft. Egal. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall richtig das absolute OP-Level, Freunde. Das ist das schwerste Level im ganzen Spiel. Und wir müssen jetzt hier erstmal eine richtig coole... Ich mache jetzt hier so ein richtig cooles Ding hin. So, guck mal. Ein Raketenauto? Ja, noch cooler. Ein richtig lang Pfeil, der auf zwei Rädern ist. Sieht aus wie ein Fahrrad, Leon. Ja, gar nicht. Guck mal, und jetzt kriegt der noch hier einen richtig coolen Sitz. Und die Rakete hinten ran? Hier gibt es ein Lenkrad. Ah, zack. Gucken wir mal die Arme lang, ne? Oh. Oh. Okay, warte. Ja, das reicht doch auch. Ja, das... Und jetzt kommt die Rakete hier perfekt ran. Guck dir das mal an, Alter. Was ein Mobil. Oh. Das ist ein Viergewicht vorne, aber kein Problem, Leute. Oh mein Gott. Nein. Hä, was soll man bauen? Hä, wie soll man denn fliegen? Okay, warte mal. Stiiiine! Ähm. Ich glaub, warte mal. Vielleicht müssen wir die Rakete ein bisschen anders platzieren. Nach vorne. Na klar, nach vorne. Na ganz vorne. So? Das ist der Antrieb von ganz vorne, ja. Mach mal. Aber jetzt ist doch mehr Gewicht vorne drauf. Wow. Hä, aber da muss gar keine... Ja doch, ganz hinten, ja. Nein. Und Speed und so. Oh mein. Leute, wir schaffen das Level einfach nicht, ne? Ihr wollt, dass wir es nochmal probieren? Dann lasst euch auf jeden Fall ein Like da. Und jetzt haben wir noch ein richtig cooles Spiel. Das wollt ihr nicht verpassen. Und dafür müssen wir auf jeden Fall hier... Oh, Mürkan, guck dir das mal an. Alter. Mit dem Stift nach unten graben. Oh, das Problem ist aber, dass der, glaube ich, ein bisschen kaputt geht, oder? Oh. Oh mein Gott. Oh. Vorsicht. Oh nein. Ah. Okay, das heißt, wenn wir den zu schnell drehen, dann verpulvert der quasi, ne? So, dann lass mal hier von dem Stift einmal das hier holen. Und ich glaube, wir müssen auf jeden Fall hier diese ganzen... Guck mal, die Steine haben wir jetzt schon mal 125. Dann brauchen wir noch 150 von den anderen. Und 150 von denen. So, also hier ist auf jeden Fall jetzt erstmal alles ganz entspannt. Dann, wenn ich jetzt hier gedrückt halte, sind wir etwas langsamer. Wenn ich aber zum Beispiel so drehe, ab und zu... Dann kann ich den einsammeln? Hä? Nein. Kannst du den lenken? Ich glaube nicht, dass ich den lenken kann. Nein, nein, nein. Okay, warte mal. Guck mal, hier ist es klick, 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 klick. Und, und... Der Diamant. Ich glaube, wenn du oben drinne bist, ist es gut. Wenn ich oben drinne bin, weiß ich da mir da? Ich glaube, ja. Okay, warte. Du bist so Feuerstift, guck. Oh, du hast recht. Ich bin Feuerstift, Alter. Was geht ab? Guck mal, wir haben sogar schon eine Stadt. Wie, ich kann das hier nicht... Oh. Oh mein Gott. Wir können jetzt was bauen. Oh, wir sammeln quasi Material ein. Oh, okay. Jetzt verstehe ich es. Guck mal, jetzt haben wir hier schon mal... Alter. Lass uns wieder zurückfahren. Hier wieder in die Mine rein. Und, na, jetzt ist er wieder ganz oben. Aber egal. Warte, wir können ja nach unten pesen. Oh. Oh Gott. Fast kaputt gegangen. So, jetzt werden wir ganz kurz hier... Oh. Oh, nein. Ich habe es zu doll gemacht. Okay. Kein Problem. Wir können nämlich hier erstmal unser Einkommen ein bisschen erhöhen. Und dann nochmal ganz kurz hier die Stiftgröße. Jetzt haben wir nämlich, Alter, einen heftigeren Stift. So, pass auf. Jetzt erst mal wieder kurz noch... Ah, jetzt ist er breiter. So bekommen wir auch denn die, die, die Sachen. Plus 9, 30. Ah. Und jetzt noch den Diamanten hier, oder was? Nee, der muss noch breiter werden. Oh, oh. Schade. Okay, komm. Ich muss jetzt hier nach unten gehen. Guck mal, da muss man richtig breit sein dafür, ne? Hier auch ist unser Highscore. So, pass auf. Ich bin jetzt hier schön am Brennen gerade. Aber nicht zu doll. Aber wie cool der Stift aussieht. Alter, das ist echt richtig krass. Wir haben ja auch gerade extrem viel Geld jetzt schon, ne? Guck mal, ein bisschen Stamina erhöhen. Ich kann es auch währenddessen machen, ne? Oh, hier auch nochmal. Alter, kommt schon jetzt hier das, äh... Alter, noch mal Diamant 20 Dollar. Noch mal hier eingesammelt. Michael, lassen wir unser Einkommen erhöhen. Und nochmal die Stamina her. So, jetzt sind wir auf dem Maximum Level. Und ich glaube, jetzt haben wir hier gerade genug Materialien, um jetzt hier hochzugehen. Und ich glaube schon mal das... Oh, warte mal, wir können das linke jetzt hier bauen, oder? Haben wir genug... Eigentlich schon. Oh, ey. Wir haben jetzt 250 Dollar gerade dafür bekommen, dass wir jetzt so eine Schule oder sowas gebaut haben. So, hier nochmal ganz kurz die Teile ablegen. So, okay. Und es fehlen noch zwei Stück davon, ne? Aber warte mal. Hier haben wir auf jeden Fall auch nochmal ganz kurz genug, um hier auf jeden Fall schon mal was hinzulegen. So, hier schön alles hinmachen. Guckt ihr es mal an. Jawohl. So, dann geht es hier wieder zurück hier in die Mine. Denn wir müssen jetzt hier, glaube ich, mal unseren Stift und den Verlächern auch nochmal erweitern. So, Stamina ein bisschen höher machen und das Einkommen. So, jetzt geht es hier Pesa da unten. Oh, guck mal, wie schnell wir sind. Oh, wir brennen auch vorne fast, glaube ich. Oh, wir brennen. Ja, ja, wir brennen echt gefühlt. So, hier haben wir jetzt aber die Möglichkeit wieder schön... Ja, das ist der gute Stein, den wir brauchen hier. Der rote Stein. So, jetzt hier schön schnell klicken, aber nicht zu doll. Wir dürfen auf jeden Fall nicht kaputt gehen. Also auf jeden Fall ein bisschen langsamer bei dem Stein. Und ich bin mal gespannt, wie viel Geld wir brauchen, um jetzt gleich nochmal die Größe von dem Stift zu erhöhen. Weil dann haben wir ja... Weil das steht immer noch free. Das heißt, es kostet auf jeden Fall noch mehr. So, hier schön durchbuddeln, ne? Komm schon, ich will jetzt genug Geld haben, um den Stift zu erhöhen. Ich denke, das kostet wahrscheinlich so 1.500 oder so, ne? Ah, jetzt hier schön durch... Oh, warte, wir sind echt... Komm schon. Alter, das kostet, glaube ich, 2.000. Er fühlt schon, ne? Nein, das ist richtig teuer. Nein. Okay, wurde auch mal Zeit, ne? Wir haben mit dem schon echt viel gemacht. So, lass mal ganz kurz hier die restlichen Steine reinpacken. Da haben wir nämlich schon ein neues Gebäude hier gebaut. Und zwar... Was haben wir hier? Oh, so eine... Klamottenladen. Oder Klamottenladen, ne? Okay, hier kann man auch nochmal ganz so 250 Steine reinpacken. Beziehungsweise die restlichen 140, ne? Sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Und jetzt können wir hier kurz wieder in die Mine reinfahren. Denn wir wollen natürlich auch unsere Stadt erweitern. So, das heißt, wieder in die Mine rein. Und wir haben immer noch nicht die Möglichkeit... Oh mein Gott, immer noch nicht. Ich glaube, der nächste Stift ist richtig krass, ne? Ich glaube auch, ne? Deswegen müssen wir auf jeden Fall jetzt hier nach unten gehen mit dem. So, so schnell es geht. Guck mal, der ist schon richtig am Brennen jetzt gerade. Oh, ich weiß, ich weiß, ich muss aufpassen, wenn ihr das nicht so schnell macht. So, jetzt sind wir wieder in der Mine am Start. Und ich glaube, die nächste Größe kostet wahrscheinlich so 2.100. Schätze ich jetzt mal, ne? Hoffe ich auf jeden Fall mal, weil irgendwie dauert das gefühlt ewig, bis wir die nächste Größe... Das ist die Schatzkiste. Ja, oh mein Gott. Okay, warte mal. Nächste Größe. Oh mein Gott. 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 Was? Was? Guck dir das mal an jetzt hier. Wie wir oben alles mitnehmen. Ey, das bringt mir jetzt extrem viel mehr Geld jetzt, ne? Gut, dass wir das gemacht haben, dass wir darauf gespart haben. So. Und jetzt kommen wir hier schön... Ey, was ist das denn? So ein Fossil. Okay, warte mal. Jetzt sollten wir auf jeden Fall hier in die Teile auch mitnehmen. Oh, du bist heiß. Ich bin sehr, sehr heiß gerade. So, komm schon. Ey, dass wir die noch nicht bekommen, ne? Was? Da müssen wir richtig fett werden. So, hier schön die ganze Teile holen. Aber was ist das mit dem Stift? Da, komm. Ja, 91 Dollar. Der Stift ist echt krass, ne? Ey, aber wir haben jetzt gerade so viel Material. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn wir jetzt gleich unten ankommen. Wie viel wir denn schon bauen können? Guck mal, jetzt hier. Das sind wir auch nochmal ganz was mit hier. Auch nochmal 22 Dollar. So, und jetzt sind wir schon im interessanten Bereich. Weil hier haben wir jetzt Stein, das wir auf jeden Fall brauchen für die ganzen anderen Häuser. Und ich hoffe... Oh Gott, nicht zu doll machen, ne? Wir dürfen es nicht zu doll machen. So, komm schon. Das war noch ein bisschen unser Income. Das war noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Jetzt glaube ich, jetzt kriegen wir 1 Dollar. Jetzt kriegen wir 1 Dollar, 1,1 Dollar. Was auf jeden Fall echt ordentlich ist. So, hier nochmal schön die Teile mitnehmen. Ja, komm schon. Ey, wir können vielleicht, glaube ich, richtig viele Häuser bauen, ne? Ich glaube auch. Ich glaube auch. Wie viel wir haben... Ey, Bro, wir haben so viel. So, und jetzt brauchen wir auch nochmal ganz was mit hier, das Ding. Oder? Kriegen wir das? Ne, kriegen wir leider nicht. Aber hier ist kurz den Heißkumpel mitnehmen. Weil wir buden uns jetzt kurz hier nach unten. Da kriegen wir gleich den neuen Stein, nämlich den dunklen Stein. Den brauchen wir jetzt für die nächsten Häuser. Das ist hier schön Stamina erhöhen. Komm schon. Grab dich durch. Ich gucke mal, dass wir mal so Probleme da haben, ne? Bro, wie der am Brennen ist, Alter. Der ist richtig am Brennen, der Stift gerade. Oh. Wollen wir jetzt hier schön mitnehmen. Und ich glaube... Ich warte kurz, bis wir 500 Stein haben. Warte mal, ich kann denn... Neue Größe. Okay, passt auf. Warte mal. So, ganz kurz hier. Ich sage nochmal 30 Dollar. Und jetzt... Okay. Wir kaufen uns gleich hier die... Ja, die neue Größe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir gehen kurz in die Stadt, ne? So, wir gehen mal kurz in die Stadt. Wir werden mal kurz die anderen Sachen hier fertig bauen. So, das hier ist kein Problem. Haben wir jetzt gerade das neue Stein gesammelt, ne? So, hier schön fertig. 57 Dollar bekommen. Easy peasy. Hier haben wir sogar... Oh, die neue Zone kostet 10.000 Dollar. Okay. Boah. Das... Guck mal, wie viel wir da noch machen können, Alter. Holy Moly. Das können wir auch fertig machen. Ja, ja, guck mal. Wie viel Materialien wir jetzt da abgeben. Alter, einfach so ein Hochhaus. Und... Locker 1.000... Ja, 1.000 Dollar kriegen wir dafür. Krank. Hier können wir auch noch was abgeben. Was ist, wenn wir hier rechts fahren? Sind hier auch noch Häuser? Oder haben wir rechts keine Häuser? Ich glaube... Ne. Rechts ist noch nichts. Okay, dann düsen wir mal ganz kurz zurück. Wieder in die Mine. Denn... Wir haben ja jetzt einen viel heftigeren Stift, mit dem wir extrem krasse Sachen machen können, wir können. So, jetzt gehe ich hier kurz zurück hier. Ne... In die Mine rein. Und... Einkommen. Genau, Income. Und jetzt... Pist er richtig durch hier. Oh yeah. Oh yeah. Okay. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall extrem viele Materialien. Also hier... Guck mal, jetzt kriegen wir auch die Teile eigentlich eingesammelt, die hier außen noch waren. Guck mal hier. Schön. Alle mitnehmen. Ich glaube, jetzt kriegen wir gleich... Also ich werde auf jeden Fall jetzt probieren, richtig weit nach den Runden zu gehen gleich, wenn wir jetzt unten ankommen. Dass er auf gar keinen Fall kaputt geht. Und dass ich die ganze Zeit dieses Staminer-Ding halte, auf der etwas oberen Etage. So. Guck mal, jetzt sind wir sogar schon bei dem roten Stein. Machen wir noch ein bisschen Income erhöhen, ne? Ein bisschen Stamina noch mal höher machen. So. Das ist auf jeden Fall schön. Boah, ich will mehr Stamina wir haben jetzt. Ja, ich weiß. Das ist richtig krass. Ich kann jetzt gucken, wie schnell wir jetzt hier werden können, ohne dass wir direkt kaputt gehen, Alter. So. So. Guck hier. So. Nochmal hier kurz, warte. Income noch mal erhöhen, dass wir noch mal mehr Geld bekommen. 1,4 Dollar jetzt schon. Das macht auf jeden Fall einen Riesenunterschied. So. Guck mal hier. Alles. Und da ist jetzt nämlich der Highscore. Und jetzt kriegen wir sogar eine Kiste. Was kriegen wir dafür? Wie viel Geld kriegen wir? 290 Dollar. Okay, komm. Stamina noch mal ein bisschen erhöhen. Weiter geht es jetzt hier. Komm mal, Fullspeed hier jetzt gerade. So. Income noch mal höher machen. Dass wir noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Hier auch noch mal die paar Sachen. Alter, wir haben jetzt gerade so viele Materialien, ne? Das ist gerade echt nicht mehr normal. So, komm, Stamina noch mal ein bisschen krasser jetzt machen hier. Oh mein Gott. Das ist jetzt der krasseste Stift, Leute, den ihr jemals gesehen habt. So, komm, schon ein bisschen mehr noch. Hier, noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Oh, das ist richtig am Glühen, ne? Der ist richtig am Glühen, Bro. Oh, der kann nicht mehr. Der kann nicht mehr. Der Stift kann nicht mehr. Oh. Okay. Da sind wir jetzt gerade echt weit nach unten gekommen. Ich glaube, ich mache noch hier die Stamina höher. Wir gehen noch mal in die Stadt, weil ich glaube, jetzt können wir mit dem Geld, oder beziehungsweise mit den Sachen, die wir jetzt gerade geholt haben. Ja, hier können wir für alles holen. Das ist schon mal wichtig. Alle Materialien hier abgeben. So. Hier, schön hier. Jawohl, Alter. Komplettes Haus jetzt hier gerade gebaut. Ey, der gibt uns bestimmt richtig viel Geld, ne? Ich glaube, das geht uns echt zu 1.250 Dollar oder so, ne? Ich glaube mehr. Ja, 1.250 Dollar. Und die nächste Zone kostet leider 10.000. Wollen wir schon mal ein bisschen Geld ablegen, ne? Aber wir haben jetzt extrem viel Materialien. Aber gar keinen Platz mehr, um neue Häuser zu bauen. Das heißt, wir müssen mal nach unten pesen und ganz, ganz viel neues Geld machen mit dem Stift. So, das heißt, hier gehe ich nochmal in die Mine rein. Und jetzt mit Vollspeed nach unten. Guck mal hier, der nimmt sogar noch ein paar Steine mit. Das stimmt. Was extrem gut aussieht. So. Guck mal, die runterfallen noch. So, komm schon. Ey, wir sind richtig am Brennen, ne? Wenn der jetzt gleich unten das Stein berührt, dann geht es auf jeden Fall richtig ab. So, guck mal jetzt hier. Ja, jetzt habe ich den Groove gefunden für den. Das hat auf jeden Fall immer dieselbe Geschwindigkeit. Alter, guck mal. Der ist so krass am Brennen, ne? Alter, das ist so krass. Jetzt gibt es Geld. Jetzt werden wir die 10.000 Dollar sammeln und den nächsten Bereich freikaufen. Um dann noch weitere Häuser zu bauen. Guck mal, jetzt hier schön. Jetzt haben wir schon 2.000 Dollar. Und wir sind jetzt schon beim neuen Stein gelandet. Was ist das für ein Stein, Bro? Sieht aus wie... Ich weiß nicht, der sieht aus wie Calcite. Jaja, irgendwie so... Oh, oder Quarz oder sowas. So, jetzt hier schön alles mitnehmen. Oh, wie bringt die? Auch nochmal 230 Dollar. So muss es doch sein. So, komm, jetzt haben wir gleich genug Geld, um den neuen Bereich freizukaufen. Alter, wie der stirbt sich hier durch, Bro. 10.000 brauchen wir, ne? Ungefähr. Ja, wir haben schon ein bisschen was abgelegt. Ich glaube, wir brauchen noch so 8.000. 8.000 wäre, glaube ich, nicht schlecht. Dann haben wir jetzt gleich geschafft. Jetzt haben wir schon 6.000. Und... Oh, nicht zu doll auf jeden Fall, wir machen. Der Stift, ne? Der ist so am Brennen, Leute. Das ist richtig, wenn wir nochmal... So, kommt schon 7.000, dann wird schon. Noch 1.000. Dann haben wir genug, um in den neuen Bereich reinzugehen. Und ich glaube, da haben wir locker. Haben wir locker, locker, locker. So, komm schon jetzt hier. Und, warte mal, den neuen Stein, wie cool der aussieht. Doch nochmal mit, ne? Der sieht schon cool aus. So, guck mal, jetzt hier schön... Oh, das neue Stein mitnehmen. Bisschen, dass wir ungefähr so 250 oder so davon haben. Ja, guck mal, jetzt. Jetzt sind wir auch oben angekommen. Jetzt kommt ihr das ganze Ding durch. Oh mein Gott. Ey, der bot sich richtig durch, Alter, der Stift. Der bot sich zu doll durch. Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, genug Geld. Guck mal, wir können sogar auch einen neuen Stift theoretisch kaufen, ne? So, das heißt, wir düsen uns mal ganz kurz da vorne hin. In den neuen Bereich. Wo wir jetzt, glaube ich, extrem viele neue Häuser bauen können. Mal gucken. Das kostet nämlich, ja, 8.000 oder 7.900 Dollar noch übrig hier. So, kaufen wir mal ganz kurz jetzt hier. Alles kurz ablegen. Und? Oh. Was? Was? Wir haben Steine, die wir noch nicht... Was? Die wir noch nicht haben? Oh, warte. Ach, da vorne können wir alles bauen. Ja, da haben wir es gesehen. Ah, ich würde eher... Da gehe ich lieber hin. So. Okay. Ich glaube, jetzt sollten wir alles hier ablegen können. Mal gucken. Und? Haben wir hier genug? Oh nein. Hä? Was? Der erste, der zweite Stein fehlt und der letzte. Das kann doch nicht sein jetzt hier. Okay, warte mal. Was ist, wenn wir jetzt hier noch links was ablegen? Hier können wir noch ein bisschen Stein ablegen. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen... Da haben wir auch noch was zum ablegen, wenn wir noch der Stein ablegen. Auch nicht verkehrt, dass wir schon mal alles mögliche bauen. So, hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, von dem haben wir extrem viel. Ja, der hat gebraucht. Alter. Okay, haben wir von dem Mondstein hier auch noch ganz viel jetzt gerade. Ja, guck mal. Alter, jetzt geht es hier richtig ab, Leute. So, hier schön mal alles hinbauen, hinplatzieren. Guck mal, besser geht es jetzt gerade nicht, ne? So, hier ist es schön. Zack. Okay, optimal. Dann weiter geht es jetzt hier auf der Seite, wann wir nämlich auch noch mal ganz das Stein neben ablegen konnten. Ich glaube sogar fast Maximum. Ja, von dem Roten auf jeden Fall Maximum. Und von dem anderen auch noch. Von beiden. Die beiden sind jetzt, glaube ich, beide jetzt durch, ne? Jetzt brauchen wir noch diesen komischen einen neuen Stein, den wir noch gar nicht bekommen haben. Da fehlen uns einfach tausend, keine Ahnung was, gefühlt 2000 Steine oder so von dem. Jedes Gebäude braucht das. Ja, jedes Gebäude, Alter. Wir wollen einfach alle aus diesem Stein gebaut werden. Aber mal gucken. Wir fahren jetzt mal ganz kurz hier nochmal in, in die Mine. Und, äh, Alter, das ist echt schon eine lange Straße jetzt hier. So, ab in die Mine, Leute. Und jetzt wird runtergepist hier mit dem, äh, mit dem richtig fetten Stift hier. So, guck mal. Da macht es ja hoffentlich nochmal ein bisschen Action. Ah, so, jetzt sind wir wieder unten hier am Start. Und jetzt können wir einfach wieder schön die ganzen Steine holen, Burkern. Alter Schwede. Guck dir das mal an. Wie viel. Unser Bohr hat richtig Schwierigkeiten hier schon, ne? Ich schwöre es dir, der hat echt die Schwierigkeiten. Der ist richtig langsam, was das angeht. Und gefühlt ist der andere Stein noch nirgendwo in Sicht. Das kann doch nicht sein, Alter. Das kann doch nicht sein. Oh, nein. Und der Stift geht, glaube ich, schon wieder kaputt, Leute. Nein. Nein. Ach, Mann. Das kann doch nicht sein. Da war der direkt dran. Guck mal, wie das jetzt schon aussieht. Oh, wie cool. Oh, ich habe gerade ein bisschen Schaden bekommen. Okay, hier. So, zack, zack. Zack, zack. Kriegen wir mehr Menschen. Und sogar mehr Geld. Und mit diesem Geld können wir nachher sogar... Oh, okay, okay, okay. Aber es ist echt cool gemacht. Denn wir können hier nachher richtig, richtig krasse Waffen freischalten. Und guck mal hier. Wir haben direkt eine neue Waffe. Und zwar eine Shotgun aus Menschen. Hä? Und wollen wir Schaden oder Reichweite erhöhen? Ich würde sagen, anfangs Schaden ist wichtig. Wir können beides. Oh, stimmt. Wir können echt beides. Okay. Schaden und Reichweite. Und wir können auch sogar unser Einkommen erhöhen. Sich auch nochmal für 5 Dollar. Und jetzt haben wir sogar den Shop. Und hier haben wir dann... Alter. Hier haben wir alle krassen Pistolen, die wir heute freischalten werden. Oh, wie viele. Richtig coole. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier direkt rein. Und... Oh Gott. Hier, guck mal. Plus 1. So. Zack, zack. Dann hier. Zack, zack. Den noch mitnehmen. Oha. Noch auf Plus 1. Oha. Und wir haben jetzt ein Schaden. Guck mal, was hier mit Schaden macht. Wow. Yo. Verdammt. Da waren gerade noch mehr. Alter, das ist eine Schatztruhe oder so. Neues gehen. Was? Neues gehen. Hä? Alter, guck mal, wie krass das jetzt aussieht gerade. So, guck mal, jetzt da vorne sind es auch noch mehr Menschen. Guck mal, hier noch ein paar einsammeln. Und hier schön durch. Oh nein, da war ein fetter Batzen. Da war noch einer mit einem Batzen. Ein Tresor. Was? Gold. Ja, verdammt. Wir kommen nicht mehr durch. Aber jetzt haben wir gerade extrem viel Geld bekommen, ne? Holy Moly. 336 Dollar. Und die Royal Shot genommen hat es auf jeden Fall jetzt mal nicht. Aber die ist auf jeden Fall im Shop dann noch vorhanden. Aber wir können jetzt hier, guck mal, was wir jetzt so krass. Upgrades machen können. Extreme Upgrades. Oh. Und komm. Wir haben einen Lucky Spin. Okay, ich würde sagen. Let's go. Spin, Bro. Bitte ein bisschen Geld. Okay, plus ein Income. Oh, wir können sogar bei mir dann Stickman starten, ne? Komm. Dann. Direkt als Waffe. Machen wir das doch hier. Direkt als Waffe starten, ne? Das machen wir doch direkt mal hier. So, zack. Jetzt haben wir sogar schon zwei. Oh mein Gott. Ein, ein. Nein. Ja. Was? Oh nein, 99. Oh nein, wir müssen hier durch. Okay, kein Problem hier, Kollegen. Kein Problem. Das ist doch hier alles easy geregelt. Komm mal hier, zack, der nächste. Oh Gott, das war ein bisschen knapp. Aber hier auch. Guck mal, schön durchschießen. Und jetzt haben wir, guck mal. Zack, die Shotgun ist das Maximale, das wir gerade haben. Okay, easy. Dann machen wir alles mal ganz los hier kaputt. So, und auf jeden Fall ein Tresor wieder. Weil der bringt, oh mein Gott. Ja. Wir haben eine neue Bestweite hier. 69, glaube ich, steht da, ne? 69. Und wir haben nochmal 400 Dollar. Was? Das ist krass, wie viel Geld wir bekommen, ne? Wir kriegen unnormal viel Geld. Das ist halt richtig verrückt, ne? Und, Alter, wir kriegen so viele Bundles, was man nicht kaufen kann. Und mehr Schaden. Okay, mehr kann ich mir leider nicht kaufen. Aber wir können nochmal mehr Einkommen holen. Und im Shop, kannst du sehen, haben wir, alter, die ganzen Sachen. Wir kriegen als nächstes das hier. Diese Pistolen, glaube ich, noch mehr davon, ne? Oh, würde ich schon mal sagen, geht's hier rein in die... Oh, nächste Runde. Bodenservice ist aufgesaved. Oder? Ah, wenn man alle Weapons freigeschaltet hat, dann können wir über diese krassen Bodenservice spielen. Deswegen würde ich sagen, geht's hier weiter rein und wir holen jetzt die nächsten ganzen Figuren. Dass wir jetzt hier extrem viele Sachen freischalten. Ja, okay. Schauen wir jetzt die Shotgun. Ach, Shotgun schon, ne? Und wir sehen uns hier die absolut maximale Shotgun sind wir jetzt hier schon. Sehr gut. Hier auch nochmal schön das Geld. Nein, minus zwei. Nein, minus zwei. Aber kein Problem, plus vier. Und hier, bam, Gegenschoss. Hast du das gesehen jetzt? Zack, zack, zack. Boah, wir machen richtig viel Damage, ne? Wir machen extrem viel Damage. Boah, was? Komm schon, bitte. Bitte, mach das kaputt. Ja. Also. Ja. Oh, was? Nein. Ein 80er Tresor. Okay, das ist krass. Weil wir haben jetzt gerade 500 Dollar bekommen. Und mit diesem Geld können wir natürlich jetzt hier wieder, oh. Können wir auf jeden Fall gleich wieder eine neue Waffe, glaube ich, holen, ne? Guck mal jetzt hier schön. Als nächstes, ich würde sagen, die Reichweite erhöhen. Schaden und nochmal Reichweite. Und jetzt haben wir, äh, Stickman. Direkt plus fünf am Anfang. Oder Einkommen. Ich würde auf jeden Fall Stickman. Oh, was? Ich darf jetzt Einkommen erstmal genommen. Wir machen gleich Stickman. Das ist ja nur einer, weißt du. Das ist ja nur ein Man. Aber das Einkommen zu erhöhen, ist, glaube ich, gar nicht mal... Oh Gott. Oh Gott. Wie viele waren das jetzt hier gerade? So verkehrt. Das du hast jetzt verliegen lassen. Bro, wir haben was verloren. Nein. Aua. Verdammt. Okay, aber egal. Wir haben jetzt wieder mehr. Kein Problem. Wir haben jetzt wieder... Oh. Wieder ein bisschen mehr. Ich glaube, unsere Waffe baut sich nicht weiter. Aber umso mehr Menschen, desto mehr Damage trotzdem, ne? Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Okay, komm schon. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Nee, wir machen richtig viel. Komm schon. Bitte. Wir waren noch näher. Wir waren noch näher, Alter. Noch näher dran. Und jetzt haben wir schon 535 Dollar diesmal. Und wir haben fast die neue Waffe. Wenn wir die haben, kommen wir auf jeden Fall durch diesen Tresor durch. Und wir haben jetzt wieder Schaden, Reichweite. Und jetzt hole ich mir diese Stickfigur, ne? Die du eben haben wolltest. Die holen wir uns jetzt. Zack. Und nochmal einkommen. Alter, jetzt. Wow, wir haben richtig viel Geld. Jetzt geht es hier richtig ab. Guck mal hier. Alle einsammeln. Der hat schon Shotgun. Oh mein Gott. Wir haben direkt Shotgun, Alter. Was geht denn ab? Wir haben direkt. Guck mal, wir brauchen nur Geld jetzt eigentlich, ne? Wir haben das hier. Ich kriege ein bisschen Geld. Und die Menschen machen mehr Damage trotzdem, ne? Ehrlich? Je mehr Menschen wir haben, desto besser? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Okay, plus 4. Boom. Alter. Yo, wie viel Geld. Ey, ich habe die Hälfte übersehen. Okay, jetzt aber. Komm schon. Zack, zack. Jetzt schießen wir aber richtig durch. Komm, wir werden durch jetzt schießen. Komm. Alter, wir sind schlechter als eben. Eww. Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, die neue Waffe frei, oder? Haben wir jetzt die neue Waffe. Ja. Den Revolver. Guck dir das mal an, Alter. Okay. Das ist richtig heftig. Dann geht es rein hier als nächstes. Und wir haben jetzt hier, äh, ja, ich würde sagen, Stigma. Für beides. Und Einkommen. Okay, sehr gut. Aber ich habe gerade nicht gekauft. Fällt mir dann auf. Keinen Schaden gekauft. Aber kommt jetzt nach der Shotgun die Pistole? Yo. Ja, jetzt haben wir den Revolver. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie schnell der schießt. Oh mein Gott. Hier. Was? Alter, wir werden eins geben. Yo. Wir werden eins geben. Oh, oh. Oh, minus zwei. Nein. Oh no. Da vorne. Komm, Revolver. Der muss ein bisschen schneller schießen hier. Der schießt viel zu langsam. Oh mein Gott. Und jetzt hier. Schieß durch. Bam. 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 Ey, der schießt voll langsam. Nein, der schießt schnell. Oh ja. Yo. Yo. Okay, jetzt haben wir glaube ich extrem. Oh, 1000 Dollar. Was? 1000 Dollar jetzt einfach gerade. Und mit einer neuen Waffe so ein krasser Grand Revolver, Alter. Was? Okay, ich würde sagen, Schadenreichweite. 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 Und mehr können wir uns auch gerade nicht holen. Ich glaube, jetzt kann man auf jeden Fall extrem viel neuen Schaden. Mit dem wir jetzt glaube ich extrem was anrichten können. So, hier, hier schön die Person holen. Zack. Alter, optimal. Optimal hier. Besser geht es gerade nicht. Oh, der Damage. Geld. Nein. Verdammt. Okay, jetzt hier. Die holen wir jetzt. Oh ja. Jawohl. Und ganz viele Personen noch hier. Komm schon. Boah, wie viele. Echt viele jetzt gerade. Boom. Okay, jetzt kommen wir ein paar noch mehr. Ein paar noch mehr. Jetzt zack, zack, zack. Okay. Okay, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt können wir hier. Guck mal, wie wir jetzt hier durchschießen können. Yo, wie viel Schaden wir machen. Und noch Tresor. Yo. Neuer Highscore. Wie weit kommen wir? Alter, wir haben fast den neuen Tresor geholt. Hö? Und 1100 Dollar haben wir gerade bekommen. Ich glaube, die nächste Waffe. Oh, 40% ist hier sogar schon zur nächsten Waffe. Das ist echt richtig gut, ne? Auf jeden Fall noch mehr Damage. Und noch mehr Schaden. Reichweite, Schaden. Okay, Alter. Das ist echt krass, ne? Wie viel Schaden wir jetzt hier machen werden. So, plus 4. Aber was war die nächste Waffe? So ein Minigun oder so, ne? Ich glaube, damit kommen wir extrem durch. Damit kommen wir bis ganz nach hinten. Bis zum Ende kommen wir damit. So. Boom. Hier, schön durch. Dann hier nochmal. Zack. Alles mitnehmen. Alles kaputt machen. Was geht hier? So auch. Und... Ey, was? Der hat uns einen abgezogen. Haben wir kein Problem? Hingefahren. Gar nicht. So, jetzt hier, zack. Oh mein Gott. Wow. Okay, jetzt komm schon, bitte. Ich sag, wir kriegen den Silbernen. Den Silbernen. Den Silbernen jetzt, bitte. Oh. Oh, ich glaube. Oh nein. Mann, Alter. Aber wir haben nochmal 1200 Dollar. Und jetzt heißt es nochmal, oh, nicht mehr Reichweite jetzt holen. Und mit dieser Reichweite können wir schon viel anrichten. Jetzt haben wir schon 60%. Mal 3. Ne, ne, danke. So, jetzt hier Schaden. Oh, Alter. Jetzt geht's richtig abmückern. Ich sag, jetzt bekommen wir den. Und nochmal mehr Einkommen. Okay. Und wenn die Leute einen Like dalassen. Und wenn ihr einen Like dalasst, Leute. Aua. Okay, jetzt hier kommen schon. Plus 3. Und die beiden hier schnappen. Uppah. Allein nicht alle bekommen. Aber egal. Hier sind nochmal genug. Sehe ich gerade. Zack, zack. Und zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Alter, was für eine Reichweite wir jetzt schon haben, ne? Oh, das ist geistig krank. Wie weit der voll in den schießt. Oh mein Gott, 125. Nein. Egal. Egal. Ah. Ah, ja. Jawohl. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Okay, jetzt. Jetzt. Komm, schieß schneller. Schieß schneller. Zack, zack, zack. Schieß schneller. Noch schneller. Es sieht sehr gut aus. Es sieht sehr gut aus. Oh, no. Der ist nicht mehr da. Der ist aber auch weg. Also wir sind nur gegen gefahren. Das heißt, nächste Runde. Oh mein Gott, wir haben auch gleich schon diese neue Waffe, ne? Wir haben gleich diese neue, extreme, gute Waffe-Möker. So, jetzt nochmal hier Einkommen nochmal erhöhen. Ich bin entspannt. Und alle mitnehmen. Ja. Oha. Oha. Ich glaube, mit der Waffe gleich kommen wir echt bis zum Ende. Oha. Die sieht so krass aus. Plus null. Was geht hier ab jetzt? Ey, die sieht echt richtig krass aus, die Waffe. Dann habe ich jetzt Geld nehmen sollen. Jetzt hier. Boom. Und die noch mitnehmen. Plus vier auch nochmal jetzt hier ganz kurz. Plus vier. Na, wichtig. Alle kaputt machen hier. Auf entspannt, Kollege. Auf ganz entspannt. Nix los hier, ne? Alles nochmal mitnehmen. Nix los. Und jetzt. Jetzt haben wir es. Jetzt müssen wir es haben. Wir müssen es jetzt eigentlich haben. Silber. Silber. Komm. Silber. Silber. Ja. Ey. Was? Aber jetzt haben wir die neue Waffe, oder? Haben wir jetzt die neue Waffe? Ja. Wir haben eine neue Assault Rifle. Okay, das ist krass. Das ist jetzt richtig krass, ne? Das ist jetzt richtig wild, weil mit der können wir jetzt hier, glaube ich. Alter, dann werden wir locker easy durchkommen. Damit die ja richtig schnell schießen können, ne? Das ist ja das Ding. Ich hoffe, wir bekommen die auch direkt in der Runde. Ich hoffe auch. Okay, hier vier Stück. So. Oh Gott. Und hier nochmal ganz kurz. Revolver. Ja, ja. Wir kriegen die. Und da ist auch noch eine geheime Kiste. Sehe ich gerade. Alter, wie haben wir die? Diese Skin-Kiste. Boom, boom. Wie schnell die schießt. Boom, boom. Boom, 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 boom. Boom. Alter, die schießt richtig schnell. Das ist ja richtig easy jetzt. Wolf, wie kält. Alter, hier ist es jetzt richtig ab. Und jetzt. Zack. 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 Ba-bam. Ba-bam. Alter, easy. 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 Wie ist es, Mann? Silber. 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 Oh, was? Bro. Oh, was? Krass. Ein goldener Tresor. Das hat 2.000 Dollar jetzt gerade bekommen. Ey, das ist nur so ein goldener Tresor. Oh mein Gott. Die nächste war, das sieht richtig krass aus, ne? Wir haben schon 20 Prozent von der... Oder 17 Prozent. Alter, die dritte Handy aus. Okay, jetzt hier. Komm, wir machen mal drei Schaden. Warum nicht? So, und ich glaube, jetzt haben wir einfach mal drei Dingens. Mal drei Schaden und so. Jetzt, guck mal, jetzt können wir mehr Stickmans kaufen. Aber die bringen eigentlich auch nicht so viel. Nein, guck mal, ich mach mal ein bisschen mehr Einkommen. Wir müssen ein bisschen mehr Geld verdienen, Bro. Mehr Geld, mehr. Mehr Moneten. Wie mag ich mal, wie viel Damage wir jetzt machen? Mal drei. Okay, vorsichtig. Vorsichtig. Bam, bam, bam. Und zack. Alter, was ist hier alles mit dem? Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Schon ein Sword Rifle. Aber nicht so wild, denn wir können hier... Alter, das ist so krass, ne? Hey. No. Hey. Das Spiel. Hey, aber da fahren wir jetzt ein Lucky Spin. Wow. Let's go. Mehr Reichweite, sehr gut. Alter, das ist echt gut jetzt gerade, ne? Jetzt haben wir mehr Reichweite. Und jetzt können wir hier schön auf ganz entspannt... Oh, das ist so gut jetzt hier. Guck mal, jetzt hier schön zack, alles mitnehmen. Und leider geht's hier. Oh nein, ich hab einen übersehen. Wie eben. Hab ich eben einen übersehen. Aber jetzt. Jetzt kommen wir hier durch. Jetzt ohne Probleme. Kein Spiel aufhängen. Und neun Skin. Guck mal, wie wir aussehen, wir können. You're crazy. Bam. Und bam. Alter, das geht ja so ab, ne? Das geht jetzt richtig ab. Und jetzt komm schon. Schieß durch. Ich will den anderen Tresor haben. Gold. Wir wollen 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 Gold. Oh, ey, war's nicht mal annähernd, hä? Nicht mal annähernd dran gekommen. Schaut euch mal bitteschön, was wir hier alles holen können. Das ist ja unnormal. Und Mirka, guck mal, wir haben hier so eine ganz, ganz kleine Babywaffe. Oh. Mit nur zwei Stärke gerade noch. Ich weiß. Und jetzt können wir hier die neuen Waffen abschließen. Oh mein Gott, das ist ja richtig cool. Wir haben sogar doppelt Waffen gerade, ne? Oh. Und, oh nein, nein, nein. Komm schon. Ja. Alter, das ist ja richtig krass. Und jetzt müssen wir gegen die Rainbow Friends kämpfen. Oh, wie krass. Okay, wir können jetzt unsere neue Waffen hier holen. Siehst du, die haben jetzt gerade alle freigeschaltet, ne? Die M4A1 sind so eine Anaconda und Beretta. Beretta. Können wir die Weine miteinander so verbinden. Und gegen diese Rainbow Friends kämpfen. Oh Gott. Oh Gott, das ist jetzt... Vielleicht hätte ich mir die weiter nach hinten packen sollen. Ich bin nicht so stark. Ich hoffe, die kommen nicht rüber. Oh, ich hoffe, wir hätten die nach hinten packen sollen. Obwohl... Doch, schaffen wir. Und der ist groß. Oh. Okay. 750 Dollar bekommen. Okay. Und das kennen wir, glaube ich, damit... Ah. Die Feuerrate erhöhen. Und den Schaden. Und ich würde sagen, zack, zack. Nochmal beides. Okay, das ist ja sehr gut, ne? Das heißt hier... Easy nochmal schießen. Alter. Wir machen schon sechs Schaden. Das ist krass. Aber wir können jetzt hier Spreadshot sogar machen, ne? Das ist ja sogar anscheinend. Oh. Oh mein Gott. Was? Als ob. Was? Bro, es ist wichtig, wo du die Waffe einsammelst. Wie meinst du? Es ist wichtig, mit welcher Seite du die Waffe einsammelst. Sagen wir mal rechts auf, dann ist die Waffe rechts. Ehrlich? Das ist in der Mitte. Jetzt wieder in die Mitte. Wieder in die Mitte. Oh mein Gott, du hast recht. Du hast recht. Oh mein Gott. Und jetzt? Ja. Oh mein Gott. Aber im Grunde ist eigentlich egal, weil jetzt können wir die ja verbinden, ne? Ja. Oh, Uzi. Okay, das heißt, es ist eigentlich egal, wie man es macht, weil... Jetzt konnte man die ja auch hier verwenden. Ich würde sagen, ich packe die jetzt hier schon nach hinten und den nach vorne. Und let's go. Oh mein Gott. Alter, wie stark. Wie stark. Okay, das war ja richtig krass jetzt gerade, ne? Okay, das heißt hier nochmal Feuerrad erhöhen und den Schaden. Und können wir jetzt hier, zack. Okay, ist ja gut zu wissen. Das heißt, wenn wir aufpassen, wo wir die quasi einsammeln, dann sollten wir eigentlich ja Glück haben. Oh, komm schon, Geld, 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 Geld. Ja. Was hast du gemacht? Gar nichts. Das war nur ein kleiner Schluck auf Müllkern. Nichts Wildes, ne? Das war nur ein kleiner Schluck auf. So, das heißt hier und zack. So, jetzt aber. Oh Gott. Nein, ich hätte, glaube ich, beide holen können, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, ich hätte beide holen können. Verdammt. Alter, hier, Fire Rates, yo. Oh mein Gott. So. Das darf nicht wahr sein. Oh. Uzi jetzt aber. Uzi. Und jetzt haben wir zweimal Uzi. So, ich glaube, das sollte jetzt eigentlich... Oh mein Gott. Ah. Wir können Waffen kaufen. Wie cool ist das denn? Ich glaube, das ist aber nicht so schlau. Glaubst du? Stimmt. Das war unser Upgrade-Geld. Stimmt, das Upgrade-Geld. Oh nein. Du hast recht. Okay, du hast echt recht. Das war nicht so schlau. Nur wenn man es braucht. So, Feuerrate. Und noch mehr Feuerrate. Okay, mal gucken. Hier. Alter, die Feuerrate war wichtig. Können wir das hier direkt holen? Alter, das macht richtig viel Schaden direkt, ne? War hier jetzt easy. Oh. Als ob. Hä? Dein Schluckauf ist heute echt schlimm. Warum bin ich denn da jetzt runtergefahren? Aber egal. Das ist nicht so wild. Weil wir haben jetzt hier, glaube ich... Moment, das darfst du schießen, ne? Wir haben jetzt hier, glaube ich, richtig krasse Waffen. So, das hier easy. Komm schon. Ja. Oh, die habe ich leider nicht bekommen. Aber das Geschenk. Ein Geschenk. Das Geschenk haben wir jetzt hier. Ein Multishot. Was ist das denn? Alter, mit... Oh, mein Gott, was? Alter, was geht's hier ab mit den Waffen? Das ist ja easy peasy. So, alle eingesammelt, glaube ich, ne? Und jetzt haben wir, glaube ich, hier... Habe ich eingesammelt? Ja, aber du hast keinen verbunden gehabt. Aber du kannst dich hier verbinden. Verdammt. Egal, jetzt kann ich hier verbinden. So, 8, 16... Oh, mein Gott. Gatling Gun. Okay. Jetzt haben wir zwei Gatling Guns. So, mal gucken, ob das jetzt was bringen wird. Ich glaube, dass wir hier keine Extra-Waffe. Oh, was? Guck, wie die abgehen. Oh, mein Gott, das ist ein richtig krasser Boss. Freddy oder so. Oh, der kann ich hier sehen. Alter, das ist... Wir haben gerade... Und wir haben noch ein Geschenk, ne? Wir haben noch ein Geschenk bekommen. Mal gucken. Was ist es? Äh, ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube, Geld oder so, ne? Wir haben jetzt 5.000 Dollar. Stimmt, wir haben 5.000. So, Feuerrate, Schaden. Noch mehr Feuerrate. Schaden. Feuerrate. Okay. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ey. Okay, das kriegen wir schon mal nicht. Der war zu schade. Oh, man kann runterfallen. Das ist so echt blöd. Man kann runterfallen hier. Okay, das heißt, warte mal. Wenn wir das jetzt schlau machen, kriegen wir vielleicht sogar beide. Hä? Ne, man kriegt nicht beide. Schade eigentlich. Darf man sich mal nur einen aussuchen? Ne, das... Da ging's. Da ging's jetzt gerade, ne? Okay, Feuerrate. Zack. Und hier ging's auch. Oh, mein Gott. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Nein, Hitler links machen sollen. Aber egal. Guck, wie ist der durchpfeffert. Ja. Ja, hier ging's jetzt auch. Oh, mein Gott. Wir sind so krass. Okay, komm, wir haben drei Gatling-Guns. Wir haben drei Stück. Ich hoffe, die... Ähm, ich... Hä? Okay, das war leichter als gedacht. Aber auch kaum Geld bekommen, ne? Kaum Geld bekommen, das stimmt. Aber hier ist auf jeden Fall... Was ist das? Ein Geschenk? Ne, ne, ich glaube, da... Nein, nein, kein Geschenk. Okay. So, hier. Ein paar Waffen holen jetzt hier. Zack, warte. Ich nehme jetzt hier den linken. So. Ne, den kriegen wir nicht. Schade. Aber den kriegen wir. So, dann kriegen wir auch den jetzt hier. Spreadshot. Alter, was geht hier ab? Guck mal. Easy. Alter, wie das aussieht. Nein, ich hätte die verwenden sollen. Okay, noch ein Charakter. So, jetzt sind die beiden. Oh, mein Gott. Als ob. Ah! Oh, nein. Ich bin so blöd. Okay, kein Problem. Das gehen wir nochmal hin. Nächstes Mal machen wir es besser. Wir nehmen jetzt hier diese Waffen ein bisschen besser verbinden. Das heißt, der kommt jetzt hier rechts hin. Ja, damit wir jetzt hier den schön einsammeln, den rechten. So. Okay, hier. Den haben wir da nicht bekommen. So. Den kriegen wir jetzt aber hier auf die linke Seite. Easy. Siehst du, jetzt machen wir es schlauer. Guck mal, jetzt machen wir es viel schlauer. Jetzt kommen wir mit einer Uzi ans Ende. Guck hier. Ja, eben. Mit einer richtig krassen Uzi. So, Characters. Guck mal hier, wie es jetzt auch abgeht. So. Beide. Wir kriegen beide. Beide. Nein. Ich habe die Waffen nicht mehr eingesammelt. Das ist ein bisschen blöd von mir. Aber egal. Wir können jetzt hier. Zack, zack. Ich glaube, sollten die... Was für Riesen da hinten sind. Guck mal. Oh mein Gott. Da hinten sind echt richtig krass Riesen. Aber guck mal, wie schnell wir die kaputt machen. Alter. Wir sind so krass stark, ne, unsere Waffen. Wir sind so krass stark. Guck mal, wie viele Waffen haben wir eigentlich schon jetzt hier? Wir haben jetzt hier schon... Oh, es fehlen gar nicht mehr so viele. Das ist echt gut. Das heißt, wir haben jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Schaden. Die Blöcke mal kaputt machen. Dann bekommen wir nämlich Geld. Hier noch mehr Waffen. Die sind auf jeden Fall wichtig als das Geld. Das Geld habe ich nicht bekommen. Oh Mann, ey. Das darf nicht wahr sein. So, hier Multiplier. Ja. Und zack. Oh, ey. Ich habe gerade eine Waffe verloren. Was? Die ist runtergefallen. Ihr habt es gesehen? Alter. Das war unfair. Alter. Was geht jetzt ab? Oh mein Gott. Hö. Okay, das ist crazy. Das ist crazy. Jetzt kann ich, glaube ich, alle einsammeln, ne? Ja, okay. Alter, was geht ab? Oh mein Gott. Okay, jetzt können wir hier ein bisschen verbinden. Äh. Wir machen jetzt mal ein paar neue Waffen. Und zwar. Zack. Bazookas. Ha, 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 ha. So, und dann können wir nämlich hier zack, zack. Gatling an die Mitte. Und hier nochmal. So. Und jetzt sind die, glaube ich, krass, oder? Okay, die sind crazy. Das ist doch... Das ist doch ein Glitch. Was? Alter, wir sind so krass am Start gerade, ne? Wir sind so krass am Start. Okay, hier. Wir sollten wir easy hinbekommen. Das kriegen wir auch easy hin. Das auch. Dann haben wir lieber das große Geld. Das ist das kleine. Aber wir haben beides genommen. Oh, 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 oh. Jetzt kommen sogar Hindernisse, die man wegschießen muss. Oh, oh, oh. Oh. Ja. Ist es auch gerade? Du hast alles bekommen. Ich glaube, ich habe alles bekommen, ne? So. Oh, das ist gerade fast. Gerade gerettet? Oh Gott. Okay, hier. Alter, guck mal, wie gut wir es jetzt hier gerade machen, ne? Wir haben wirklich viel Geld. Das wäre krass, ja? Oh. Zack. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Wir haben eine Gatling Gun. Alter. Zack. Okay, eine haben wir leider übersehen, aber es ist nicht so schlimm. Weil jetzt können wir, alter, was? Jetzt haben wir hier, mein Gott, was ist das? Eine neue Gun, F-22. Oh, wow. Oder F-12. So, jetzt, ich glaube, ich hoffe, das ist jetzt gut, ne? Werden wir jetzt hier sehen, ob das jetzt schlau war. Oh, okay. Und 3.000 Dollar nochmal bekommen. Als hätten wir, als wären wir gerade schlecht oder so. Okay, hier kommt schon. Feuerrat erhöhen. Schaden. Und nochmal Feuerrat erhöhen. Okay, sehr gut. Hier. Easy. Easy peasy. Wir schießen jetzt schon fast wie eine Maschinenpistole am Anfang, ne? Ich weiß, ich weiß. Das ist total verrückt. Das ist richtig crazy, Alter, wie viele Dings wir jetzt hier haben. Guck mal, jetzt hier vier. Jetzt kommen die beiden jetzt hier schon ran. Nein. Egal. Nicht so wild. Wir haben einen übersehen. Noch ein Sturmgewehr. So, noch ein Sturmgewehr hier. Easy peasy. So, jetzt kommt in die Mitte. Geht auch. Yeah, guck mal. Ganz leicht. Jetzt kommen jetzt zwei Stück. Zack. Zack. Uzi. Ganz links. Oh. Zack. Okay. Alter, was geht hier ab, ne? Was geht hier ab? Muss ich jetzt zweier verbinden. Zweier verbinden. Vierer. Achter. Okay, leider nichts mehr zu upgraden. Aber halb zu wild. Ich glaube, wir sollten damit alle... Alter, wie schön wird die fertig machen, ne? Ich sehe den nicht mal. Das ist echt krank. Der wird so schön weggemacht. Ich sehe den nicht mal. Wie viele Waffen haben wir jetzt schon? Wir haben jetzt hier... Es fehlen nur noch... Nur noch fünf Waffen? Okay, das ist ja krass. Das heißt hier... Zack. Ah, okay, leider. Ich bin nur Kohlen. So. Nein. Oh, ich habe eine übersehen. Nein, ey. Verdammt. Aber egal. Aber eine Waffe ist immer richtig, richtig krass. Also... Ich weiß. Die Kasselung schon, ne? Guck mal, zack. Bisschen Geld ist ja auch noch. Jawohl. Geld und das hier mitnehmen. Oh, die Gatlingan. Was? Was? Höh? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck mal. Sie sind schon kaputt, bevor wir... Noch ein Charakter. Yo, okay. So. Alter, was geht hier ab? Was geht hier ab? Guck mal hier. Uzi. Das ist krass. Unsere Kombination gerade. Gatlingan. Okay. Das ist heftig. Jetzt können wir... Alter, jetzt können wir... Die Uzi verbinden. Die verbinden. Die verbinden. Die verbinden. Die verbinden. Die verbinden. Und die verbinden. Wir haben eine neue Kanone. Was? Ich sag dir, die Gatlingan werden richtig runterschmelden. Alter, das ist ja so krass, ne? Das ist ja so heftig. Okay, hier. Bisschen Schaden noch mehr machen. Ja. Okay, den kriegen wir leider nicht. Schade. Obwohl, den würden wir bekommen, wenn wir direkt reingehen. So. Ja. Easy. Stimmt. Easy. Den leider nicht, oder? Oh, den auch noch, den auch noch. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wichtig. So, jetzt hier. Verbunden. Multiplier mal zwei. Oh, alle. Ah. Alter, das ist so krass. So. Nein. Wir sind alle nicht verbunden, leider. Was hast du da in der Kombination gemacht? Was hab ich da jetzt gemacht? Aber egal. Guck mal. Wir können jetzt hier richtig viele Sachen einsammeln auf einmal. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Oh mein Gott. Okay. Spreadshot. Alter, was geht hier ab? So. Okay. Yo, was passiert hier bitte schon gerade? Okay, das können wir glaube ich alle wieder verbinden. Zack. 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 Okay. Okay. Okay, nicht schlecht. Das ist jetzt hier. Das sind Kanone. Mal gucken, wie die Kanone jetzt hier sich macht. Und. Ey, die haben keine Chance. Die haben wirklich gar keine Chance. Guck dir das mal an. Und wir sollen euch glaube ich noch ein Geschenk bekommen. Da glaube ich gleich, ne? So, hier, guck mal. Wir machen jetzt Feuerrate. Schnappen uns hier ganz los das Geschenk. Auf ganz entspannt. Hier ein bisschen Geld. So. Können wir auch noch hier den bekommen? Ne. Den kriegen wir leider nicht. Schade. Hä? Hä? Du bist da durch und. Ich habe gerade ein einfaches Ding nicht bekommen. Ich habe einfach gerade die Waffe nicht bekommen. So, jetzt aber. Und vor allem danach waren nur so schwere. Ja, obwohl. Wir haben einen. Oh, warte. Oh, 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 oh. Oh, ja. Ja. Oh nein. Jetzt habe ich die wieder so komisch gemacht. Nein, ich hätte die links nehmen sollen. Links ist schlauer gewesen. Ah ja. Okay, okay. Easy. Alles. Regelt sich hier von selber. Regelt sich von ganz alleine. Oh Gott, den kriegen wir nicht. Aber. Das haben wir schon. Alter, was geht hier ab? Feuerrate plus 5. Was? Oh nein. Ja. Okay. Eww. Die haben wir mitgenommen. Das heißt, wieder zwei neue. Sie werden die verbinden. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird jetzt. Das wird jetzt. Und jetzt guck mal. Die ist jetzt wegrasiert. Und der da hinten. Der richtig fette Hagiwagi oder so ist das, ne? Alter, die sind direkt kaputt. Die sind direkt kaputt. Und wir haben noch ein Geschenk. Noch mal mehr Geld. Als hätten wir nicht genug. Als hätten wir nicht genug Geld mökern. So. Haben wir auch nicht. Und wir haben. Es fehlen nur vier Waffen, ne? Das ist doch so krass. Alter, wie schnell wir die kaputt machen. Das ist so unnormal. Oh, hier. Zack. Zack. Oh, hier. Easy. Noch mehr Feuerrate. Noch ein Geschenk. Okay. Auch noch mitgenommen. Ey, guck mal hier. Ey, das ist eine größere Waffe. Die ist größer. Sehe ich gerade. Hä, stimmt. Was bringt die? Ach, kriegen wir auch nicht. Das darf nicht wahr sein. Hä? Du hast keine Waffe verloren. Ja, hab ich. Ach, verdammt. Okay, hier. Charaktere. Hier aber. Ne, kriegen wir auch nicht. Verdammt, Alter. Egal. Wir haben auf jeden Fall ein paar Waffen mitgenommen, ne? Ein paar mitgenommen. Hier. Zack. Achter. Sechzehner. So. Und die Zweier. Die Zweier ganz vorne. Ganz alleine. Aber die waren jetzt. Guck mal, das war ja jetzt easy peasy. Ah, Damage ist noch da. Die waren jetzt ganz leicht, ne? So, hier. Feuerrate erhöhen. Jetzt hätten wir noch nicht genug Feuerrate. So, dann. Zack. Alter, das ist so verrückt, ne? Okay, können wir uns für eine entscheiden. Das heißt, wir nehmen jetzt die hier. Und. Multishot. Ey, was geht hier ab? So, krass. So. Okay, mitgenommen. Yo. Wie wir durchbrettern. Ah. Nein. Egal. Egal, halb so wild. Halb so wild. Die verbinden sich jetzt nämlich alle. Verbinden. Ja. Ja. Und. Alter, was geht hier ab? Eine große Waffe schon wieder. Okay. Alter, wir haben mit Gatling Gun, ne? Und eine ist unsichtbar. Ne, doch nicht. Hier. So. 64. 4. Ja, das wird ja easy sein, ne? Easy. Easy. Durchgekommen. Ich glaube, wir sollten doch gleich hier die Möglichkeit haben, eine neue Waffe zu kaufen. Äh, eine neue Waffe zu machen. Vielleicht verändert sich das auch alles von Level 20, ne? Das kann auch sein, das kann auch sein. So. Zack. Ah. Das können wir leider nicht bekommen. Schade. Aber egal, halb so wild. So, die Waffe haben wir jetzt bekommen jetzt hier. Zack. Die auch. Bup, bup. Hier nochmal. Komm schon. Ja. Jetzt verbinden sich. Jetzt haben wir direkt eine Uzi. Sehr gut. Uzi ganz wichtig. Und die hier noch. Alter, jetzt sind wir richtig stark. Wir sind gerade richtig stark. Ah, den kriegen wir nicht. Schade. Schade. Egal. Aber dafür haben wir jetzt hier wieder krasse neue Waffen. Und dann können wir die verbinden. 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 Und ich glaube, gleich können wir uns diese krasse Waffe... Ah, guck mal hier. Wie die zerstört werden, Alter. Das ist ja so easy, so simpel. Einfach absolut auseinandergenommen. Okay, jetzt haben wir hier aber mehr Schaden. Wir können jetzt eine neue Waffe bekommen, ne? Wenn wir einen guten Rhyme haben. Eigentlich müssen wir jetzt richtig viele Waffen einsammeln, dass wir eine neue Waffe bekommen, ja. Das wäre ganz cool. Wir haben jetzt direkt Multishot, was wichtig ist. Multishot ist ganz wichtig. So. Das heißt, jetzt hier so viele... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ey, ey. Das ist gar kein Wohl. Nichts eingesammelt gefühlt. Die ist größer jetzt, ne? Oh. Nein, die ist nicht mehr größer. Hä? Hä? Der Waffen... Hey! Ey! 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 Das ist einfach durchgegangen. Was sollte das? Das sind doch Cheats. Das war ein absolutes Scam. Jetzt komm schon. Zack, zack. Hier noch. Ja! Okay, knapp. Wir haben aber alles eingesammelt. So, und jetzt haben wir ja ein paar Waffen mitgenommen. Das waren jetzt nicht so viele, ne? Oh, 32, 64. Oh! Raketenwerfer! Was? Ist das... Oh, Bro. Das ist so krass. Ey, der war ja so krass, der Raketenwerfer. Der war ja so krass. Okay, komm, wir machen jetzt Feuerrate. Oder, ich spare jetzt mein Geld auf die Waffen. Aber wir können ja sowieso schon so krass durch. Guck mal hier. Wir sind sowieso schon richtig okay. Stimmt, das kann man ja auch machen. So. 10.000... Na, kriegen wir nicht. Schade. Aber hier vielleicht. 10.000er. Ne, auch nicht. Egal, jetzt haben wir noch einen mehr. Ein, äh, Upgrade, glaube ich. Einen mehr. Ja, den kriegen wir nicht, leider. Jetzt aber. Gatling Gun. Easy. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Spreadshot auch noch. Ey, jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's richtig ab. Oh mein Gott. Okay, hier. Einsammeln. Beide. Nein. 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 Okay. Knapp. Hier noch. Komm schon. Einsammeln. Jawohl. Jawohl. Und zack, hier. Ah, die, eine bin ich nicht mehr bekommen. Aber, jetzt kaufe ich mir nämlich einfach ganz viele von diesen Teilen. Was, denkst du, das ist schlau? Ich glaube schon. Oh, ist ja auch teurer. Ja, ist ja teurer, deswegen ist es nicht so schlau, leider. Wobei. Ist schon krass, eigentlich. Schon eigentlich. Doch, ist schon, doch, ist schon sehr krass. Ja, aber. Ja, auch nicht so krass jetzt, ne. Dafür, dass wir gerade 5.000 so ausgegeben haben. Aber guck mal, wie die alle jetzt kaputt gehen. Die gehen so krass kaputt. Und der auch. Ey, Leute. Wir sind auf jeden Fall unbesiegbar, was es die ganze Zeit angeht. Wenn wir davon noch ein zweimal sehen, ob wir noch die anderen Waffen holen, dann lass jetzt gerne ein Like und ein Abo da. Stellen wir mir wieder das Video aus. Einfach gerne draufklicken. Haut rein bis morgen. Ciao, ciao.